Musik Hallo, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, weil ich lange kein Video mehr gemacht habe. Wir waren jetzt in Vissons in Frankreich. Davon kommen gleich auch noch ein paar Aufnahmen. Aber jetzt, dieses Wochenende fahren wir nach Holland. Es soll ein bisschen Wind sein. Zum Fäulenreiz auf jeden Fall. Und jetzt, los, auf Wind! Musik Wir hatten eine schöne Zeit über Ostern in Vissons. Es war leider nur ein Tag Wind und die anderen Tage nicht genug. Aber jetzt noch ein paar Bilder und Videos aus Vissons. Los! Musik 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 Heute ist Samstag. Also morgen ist Ostern. Ich war gerade Windsurfen. Jetzt geht leider der Wind ein bisschen weg. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt in Holland angekommen. Es ist so ein Mittelwind. Ich habe gerade überlegt, ob es reicht für normal, aber reicht glaube ich nicht. Deswegen habe ich mein 4.2 Ersi-Segel aufgebaut und mein Vollbord und Vollbrett. Und jetzt fahre ich gleich aufs Wasser. Ja. So, gestern war Wind, aber leider war es nebelig. Deswegen haben wir nicht so viele Aufnahmen. Aber heute filmen wir ein bisschen mehr. Und jetzt geht es schon aufs Wasser. So, look. Musik 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 Die Spritzchen weniger sind als der Waden. Aber sonst ist die Session gut bisher. Und jetzt geht es. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.